Skandal um künstliche Intelligenz in Spanien Schüler generieren im Netz Fake-Nackt-Fotos ihrer Mitschülerinnen Sind Schweizer Schulen vorbereitet? Ein Skandal um künstliche Intelligenz, Ki, wühlt Spanien auf Schüler haben Fake-Nackt-Bilder ihrer Mitschülerinnen generiert und sie in Umlauf gebracht Die Opfer waren teilweise erst 14 Jahre alt Das Programm, das die künstlichen Nackt-Bilder erstellt ist gratis und erledigt das in wenigen Sekunden Auch an Schweizer Schulen ist künstliche Intelligenz ein Thema Allerdings bislang nicht im Zusammenhang mit Mobbing und sexueller Belästigung wie Dagmar Rösler, Präsidentin des Lehrerinnen- und Lehrerdachverbands, zu Now, CH sagt Aber, Ki ist auch in den Schulen angekommen Der Umgang mit Medien, Cybermobbing und ähnlichen Themen würde schon lange behandelt Ki müsse selbstverständlich auch in der Schule aufgegriffen werden Bereits heute befassen sich Lehrpersonen damit, wie mit Ki in Prüfungssituationen umzugehen sei Natürlich gehört auch dazu, wie man mit anderen umgeht und was man von sich und anderen ins Netz stellen darf Das bedeutet konkret, die Schule und somit auch Lehrer müssen sich ständig weiterbilden Sie müssen sich über Entwicklungen und dem Umgang damit im Unterricht azur halten Künstliche Intelligenz kann heute zwar innert Sekunden Fake-Nackt-Bilder erstellen Doch so einfach die Fotos entstehen, so verboten sind sie Der Zürcher Rechtsanwalt Christian Lenz sagt zu Now, CH, Kinderpornografie ist in der Schweiz immer strafbar Da sei es egal, ob diese mit oder ohne Ki hergestellt würde Bestraft werden kann dies mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe Sollten die Inhalte auch tatsächliche, sexuelle Handlungen enthalten, könne die Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahre sein Brisant, auch Kinder können sich bereits ab zehn Jahren als Täter strafbar machen Wenn die Tat beispielsweise von einem 14-Jährigen begangen wird, erfolgt eine Verurteilung nach Jugendstrafrecht Das gilt aber nur, wenn das Opfer minderjährig ist Auch wenn Bilder gegen ihren Willen hochgeladen und verbreitet werden, geht es um volljährige Frauen Handelt es sich gemäß Rechtsprechung nicht mehr um strafbare Pornografie Dies ist für viele erstaunlich, sagt Lenz Doch es könne, je nach Fall, ein anderer Straftatbestand erfüllt sein Bei Bloßstellung beispielsweise Ehrverletzungsdelikte, bei Druckausübung durch den Täter, Nötigung, Drohung oder Erpressung Bei der Verbreitung von Rache-Pornos gab es allerdings bereits Freisprüche Das soll sich zwar mit dem neuen Sexualstrafrecht ändern, damit macht sich strafbar, wer unbefugt nicht öffentliche Text, Ton und Bildaufnahmen mit sexuellem Inhalt weiterleitet Es sei aber noch nicht klar, wann es in Kraft tritt und wie es sich auf KI-Pornografie auswirken werde Nach 특 exortschritt A a W A A Vielen Dank.